In unserer Familie gibt es immer wieder Geschichten, die man erzählen tut. Meistens dann, wenn es einen besonderen Anlass dazu gibt. So in der Adventszeit, da holt meine Mutter Krippenfiguren raus. Und dann, dann erzählt sie auch diese Geschichte. Sie spielt in einer Zeit, da haben wir noch einen schönen schwarzen Hund gehabt, mit braunen Markierungen an den Beinen und auf der Brust. Also, meine Mutter holt die Krippenfiguren vorne, packt sie aus den Kästen aus. Es sind besondere Figuren. Ich habe sie mal gemacht als Kind, als ich vier war, in der Schule. Und wir haben sie geformt aus Fischkleister und Zeitungsschnipsel. Es waren eben besonders schöne Figuren. Ich habe sie zwar mit viel Mühe angemalt, aber es waren eben Figuren, die ich gemacht habe. Und darum haben sie meiner Mutter viel bedeutet. Sie holt sie also raus, die federlichten Figuren, und stellt sie in eine Nische von der Wohnwand. Wie leuchtet sie mit einem kleinen Licht? Auf der linken Seite Maria und Josef. Auf der rechten Seite kommen die drei Könige aus dem Morgenland. Und in der Mitte das Jesuskind. Aber an einem Morgen, als wir hinschaut haben, war das Jesuskind weg. Der Heiland hat gefehlt. Wir konnten uns das Verschwinden nicht erklären. Wir konnten überall suchen. Wir konnten uns gefragt, wo es sein könnte. Aber wir konnten es nicht mehr finden. Die Sache hat sich dann aufgeklärt, wo wir den Hund ertappt haben, wie er sich gerade mit dem Ämter von den drei Königen im Maul sich aus dem Staub hat machen. Ja, für diesen Hund sind die Figuren alle besondere Leckerbissen gewesen. Sie haben immer noch nach diesen vielen Jahren nach Fisch geschmückt. Und sind gerade so schön präsentiert gewesen auf Nasehöhe. Also hat er sich das eine oder andere von diesen Leckerbissen geschnappt. Den König konnten wir noch retten. Jesus dagegen, der war verloren. Der Heiland, der kam nicht mehr vor. Und wir wussten, warum. Wir haben ihn dann auch später nicht ersetzt. Die Krippe, die ist halt die Zone in den Heiland. Und erinnert uns immer daran, wie wichtig es ist, dass es ihn eben gibt. Dass er da ist. Dass wir Grund haben zu einer Hoffnung, die wir gerade so auf diese Art ganz besonders spüren und erleben. Wie sagen doch die Engel in der Nacht der Geburt zu den Hirten auf dem Feld? Fürchtet euch nicht. Denn seht, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren ist. Euch ist heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei den Engeln die ganze himmlische Heerschar. Die lobte Gott und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und das in der Höhe und Frieden auf Erden